Mal Urlaub machen in Australien? Dann darf zuerst Sydney niemals fehlen für eine wundervolle Städtereise am Beginn der Reise bei Ankunft, um sich zu akklimatisieren. Denn Sydney ist eine der schönsten Städte Australiens und bietet eine atemberaubende Naturkulisse, die vom weltberühmten Opernhaus bis hin zu den Stränden von Bondi reicht. Die Stadt ist auch bekannt für ihre entspannte Lebensweise und die freundlichen Einwohner. Besucher können die vielen Museen und Kunstgalerien erkunden, surfen gehen oder einfach den Tag am Strand verbringen. Australien ist ein Land voller natürlicher Schönheit und Abenteuer. Von den Stränden von Queensland und Western Australia bis hin zum Ayers Rock im roten Zentrum des Landes gibt es viel zu sehen und zu erleben. Australien ist natürlich auch bekannt für seine Tierwelt wie Kängurus, Koalas und Krokodile. Die Kosten für eine Reise nach Australien können je nach Jahreszeit Art der Unterkunft und Dauer der Reise variieren, aber eine zweiwöchige Reise kann schon etwa 3000 bis 4000 Euro kosten. Das wäre aber eine Reise, die man immer positiv in Erinnerung behalten würde. die Fahrỉle Die Fahrỉle Die Fahrt Dasỷ Die Fahrنت Die Fahrt Ez W Das Denn Vielen Dank.